Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video und es ist gerade wieder 3 Uhr morgens, oder besser gesagt schon fast 4 Uhr morgens. Deswegen machen wir einfach mal ein Join Me, weil ihr wisst, ich hab immer die besten Aufnahmezeiten. Und ja, damit dieses Video nicht komplett hinlos ist, würde ich erstmal über das Thema reden, und zwar, dass heute ein Livestream ist. Der Livestream wird so circa um, lass mir nichts Falsches sagen, um 8, 19 Uhr oder so kommen. Werde ich aber auch, falls ihr aber den genauen Livestream nicht verpassen wollt, also wenn er genau beginnt, dann könnt ihr einfach die Glocke aktivieren und ja, damit es in diesem Video jetzt nicht nur um den Livestream gehen wird, halt wie gesagt um 18 bis 19 Uhr zu kommen wird, wo es übrigens größtenteils Minecraft gespielt wird, aber vielleicht auch Rainbow Six Siege und GTA, also an alle, die sich nur für Minecraft freuen. Nein, es wird auch was anderes kommen, wenn ich Bock habe, nämlich um GTA oder Rainbow Six Siege zu spielen, dann werde ich das auch bringen, aber es wird halt trotzdem noch größtenteils ein Minecraft-Stremen sein, da brauchst ihr keine Sorgen zu haben und wir bauen auch jetzt direkt deinen Welt ab. Und komm mal her. Ich hasse das, wenn man sich so ewig wegsteckt. Aber das ist halt auch wie gesagt nicht das einzigste, einzige Thema jetzt in diesem Video, sondern ich werde euch jetzt einfach von insgesamt 6 YouTubern mal so ein bisschen die Name-Mystery zeigen, bei den YouTubern, also bei den Badwars-Youtubern, wo ich das eigentlich ganz interessant fand, diese Name-Mystery, weil da wirklich echt schon ziemlich komische Namen dabei waren. Dann fangen wir doch direkt mal an mit, wo ist seine Base, die ist genau unter mir. Und Fallschaden. Gibt das auf Nervous Face Emerging hin, oder warum habe ich gerade Fallschaden bekommen? Ah, ich glaube auf Nervous Face gibt es immer noch Emerging hin. Ist ein bisschen nervig, aber okay, wir sehen uns trotzdem in der nächsten Runde. Kommen wir doch mal zum ersten YouTuber-Name, und zwar ist es der gute Betzke HD. Und ich frage mich gerade ehrlich, warum er sagt, Bin ich dumm? Ich dachte, das wäre der Villager. Warum dachte ich gerade, dass das der Villager ist? Ich dachte, das wäre der Villager, der hier so steht. Ich dachte, wo ist der Franzospauner? Ich bin ein Lone Wolf. Ich weiß nicht, wie er auf den Namen gekommen ist, oder auf TurtleTV, oder Official A-Dur, aber er hieß vor drei Jahren einfach mal, ich heiße Hans. Ja, da würde mich echt mal interessieren, wie er jetzt auf so einen Namen gekommen ist, und einfach ich heiße Hans, und dieser Nickskin ist ja so absolut hässlich. Aber wir können dich jetzt auch direkt von Tanne und aus deinem Bett, die an dich, wenn die auf Neo-Swace mal aufhören, sich absolut hoch zu staken. Das ist ja ekelhaft, was die Neo-Swace-Spieler gerade machen. Warum staken die sich denn alle so extremst hoch? Ja, um diese Uhrzeit ist es gerade mega nervig, weil es sind gerade um diese Uhrzeit um vier Uhr morgens einfach nur irgendwelche Stacker online und Leute, die einfach nur mit Abuse reinschwitzen. Ist gerade mega nervig, aber willkommen, wir gehen noch weiter zum nächsten Namen direkt. Ja, der nächste Name ist einer, den ihr eigentlich alle kennen solltet. Ah, Junge, hör auf dich zu staken! So, Slash Start, jetzt ist auch diese eine Person endlich mal nicht mit der Runde, die wirklich die ganze Zeit nervt, wenn sie sich einfach nur stackt. Und oh Gott, Leute, was ist denn um diese Uhrzeit los? Es sind doch sonst nicht so nervige Stacker dabei. Aber ja, gehen wir einfach mal direkt rüber zur nächsten Person, und warum bekomme ich eigentlich die ganze Zeit diese Snickskins? Und zwar ist es bei Quadrix, also Daria, und er hieß damals einfach Biker17. Davor D-René. Mit Biker17 muss man sich jetzt fragen, wie man bitte auf so einen Namen kommt. Aber ich will jetzt auch direkt den nächsten, und das ist weg. Ja, das ist auf jeden Fall dazu einfach ein sehr skurriler Name, also Biker17. Interessiert mich auch wirklich, wie man auf diesen Namen kommt. Und komm runter, Junge, bitte, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Stack jetzt in diese Uhrzeit. Ich will eine chillige Aufnahme machen, bitte komm einfach runter. Zieh es nicht in die Länge. Oder zieh es in die Länge. Annik, und please screenen, sorry, aber ich will wirklich in der Runde keinen Screen machen. Es ist einfach, in der Runde, es passt nicht. Leute, wenn ihr mich in der Runde seht, macht bitte keinen Screen. Nach der Runde immer wieder gern, aber in der Runde kein Screen. Sorry wirklich an dich, ich hab echt wirklich in der Runde, es passt einfach wirklich nicht. In der Runde, nein. Nach der Runde können wir gerne einen Screen machen, in der Lowie oder so, aber ich will in der Runde einfach keinen Screen machen, das passt nicht. Leute, falls ihr mich seht, macht keinen Screen mit mir in der Runde. Wartet bis zur Lowie. Ich mach immer gern ein Screen mit euch, aber halt nicht im In-Game. Das ist Bad Wars und das ist theoretisch streaming. Ach, der Dude kennt er jetzt einfach ein bisschen. Oh, das ist jetzt langweilig. Er wird sich eh gleich. Na komm her, I will try. Natürlich setzt er auf Löcke, versucht auf ein L zu gehen. Ach, Dude, jetzt komm ich will die Runde jetzt nicht in die Länge zu nehmen. Gehst du jetzt einfach runter? Ich bau dann Bettabund fertig. Okay, gut, das war's mit der Runde. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, natürlich kannst du jetzt noch deinen Screen machen, aber wie gesagt, wirklich nur in der Lowie und in Endnick, aber auch immer noch diesen Screen. Ist ein bisschen wackelig, aber wirklich nur in der Lowie. Ich hab echt in der Runde, das passt nicht. Das ist einfach... Und immer gerne in der Lowie können wir gerne einen Screen machen, aber in der Runde werf ich nicht. Und Nerox Ways restartet sich einfach in der Aufnahme oder schließt sich. Ah, Nerox, du weißt doch, was ich um diese Uhrzeit Aufnahmen mache. Ey, das kannst du mir noch nicht antun. Nerox Ways ist wieder online. Okay, ich wollte eigentlich gerade schon die Aufnahme wenden, weil es einfach absolut keinen Sinn machen würde. Aber wenn Nerox Ways jetzt wieder online ist, es sind aktuell 16 Spiele online. Wenn ich gewinne, komme ich in den Clan. Ja, spielen wir einfach zum Ende noch eine kurze Runde in der MG Rush. Denn in der Bad Wars Runde wird jetzt echt wirklich nicht voll. Es sind vielleicht 10 Leute oder so auf Nerox Ways gerade online. Aber gehen wir direkt zum neuen Namen. Das war zu Korsan Bad Wars. Der hieß nämlich damals vor ein paar Jahren einfach Tram unterstrich Tram. Das sind eigentlich sehr interessante Namen und mich interessiert, wie man wirklich auf diese Namen kommt. Weil Tram unterstrich Tram und Korsan Bad Wars haben jetzt schon so eine kleine Differenz. Jetzt sind hier in MG Rush ebenso Stacker oder was? Das ist doch junge Leute. Das ist Bad Wars, wie keine Himmelskämpfe. Und ihr seht gerade, es ist 4.30 Uhr und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich hier jeder gerade hochstackt. Das ist gerade ziemlich deformierend. I don't know. Das ist, glaube ich, einfach nur die Uhrzeit und nur, dass es so ist. Aber es ist doch sonst nicht so. Die stackt. Er steht einfach vor mir und stackt. Kann doch nicht sein, dass gerade jeder einfach nur im Stacken ist. Hä? Es spülen doch sonst nicht alle Leute einfach nur ohne Stacken. Stackt sich einfach gerade nur jeder. Also ich bin wirklich schwer dafür, dass es in den MG Rush einfach mal eine ganze Bauhöhe gibt. Weil dieses ewige Stacken, es nervt ja einfach nur. Aber das wird auch gar nicht das Thema sein. Und zwar reden wir jetzt einfach über den... Hör doch bitte auf, Dude. Und zwar reden wir jetzt über Flow. Also Flow YouTube, was sein damaliger Minecraft-Name... Was sein damaliger Minecraft-Name war. Und zwar hieß Flow damals einfach XXTheFlowXX. Aber das ist nicht das. Was ich nicht so... Ist ja noch seinem Namen sehr ähnlich. Er hieß damals einfach MeinBilderLP. Ist jetzt nicht so nah wirklich noch an dem Namen Flow YouTube. Und auch nur interessanter First Name in Minecraft. Und wird mich wie bei allen anderen interessieren, wie er wirklich darauf gekommen ist. Aber kommen wir nun auch zum vorletzten Namen. Und zwar zum AdWords YouTuber Lumpy. Er hieß damals nämlich einfach DivisionMC. Und das hört sich für mich einfach übelst an, wie irgendein Minecraft-Netzwerk. Und ich weiß jetzt nicht, was er hier gerade macht. Okay. Nein, bitte sag nicht. Oh nein! Das ist so einer, der jeden Fail kommentieren muss. Ach, ich hasse solche Leute. Wenn man runterfällt... Okay, XD. 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 Ich hasse solche Leute. Die wirklich alles kommentieren. Man läuft irgendwie runter und drückt im Chat irgendeinen Kommentar dazu. Ah, Leute, Mann. Das ist jetzt aber der vorletzte YouTuber. Ich werde danach auch... Weißt du, ne? Ich hab keine Bock mehr. Ich werde die ganze Zeit zerstacken. Ich bin jetzt mal eben so. Ja, QT, ne? Alter, ich werde nie wieder um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens ein Video aufnehmen. Das ist ja schrecklich. Man wird ja nur die ganze Zeit stacken sich alle Leute hoch. Und... Aha! Ne, Leute, das fackt mich gerade so ab, dass ich jetzt einfach ne Runde mal alleine spielen werde. Ich werde das einfach mal schön. Hier, Road to Six. Ne Runde, Bad Wars, alleine spielen. So, wo ist das Pongsi jetzt hier unten? Da ist die Runde auch schon zu Ende. Ne, ich gehe eigentlich in die nächste. Ja, Leute, da sind wir auch in der nächsten Runde. Ja, und zwar kommen wir jetzt noch mal zum letzten Kandidat. Und zwar Mrs.DNA. Und zwar hieß Mrs.DNA. Abonniere, abonniert Keks, Kings YouTube, Reflection, Rechter Apfel, Kaka ist Kaka EU, Blizzy, Kaka ist Kaka, Janax, RWQ, unterstrich, 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 Skywars, Snoop und H23CK. Ja, also Hack mit ein paar Zahlen dazwischen. Und das muss da am Ende sein. Wirklich um 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens empfehle ich euch einfach nicht auf Nervis zu spielen. Letzt mal no hate, aber was da für Leute haben, das macht ja keinen Spaß mehr. Wenn ich diesen Typen schon direkt wieder sehe, lässt sich gleich wieder 3 Jahre raus. Wirklich um 3 Uhr morgens auf Nervis zu spielen.